Hallo, herzlich willkommen bei 1000BestTV. Ich bin hier laut Ducati bei der Essenz des Sportmotorradfahrens, bei der Panigale V2, der Nachfolgerin von der neuen 59er. Ja, ist das so? Ist das die Essenz des Sportmotorradfahrens? Wie viel kann sie? Wie viel angenehmer, zugänglicher wie die brutalen V4 ist sie? Die Antworten darauf in dem Video hier aus Cherez für euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt muss ich wieder Schulbank drücken. Wir haben jetzt hier gleich die Pressekonferenz, wo die Ducati Crew uns die ganzen theoretischen Details zur neuen Maschine vorstellt und natürlich auch den Ablauf des Tages. Viel ist ein bisschen Marketingblabla, aber ich werde für euch natürlich extrahieren. Und was da wirklich wertvoll ist, schauen wir uns das gemeinsam an. Ja, Ducati nennt diese neue Panigale V2 die rote Essenz für das Sportmotorradfahren. Und diese Essenz des Sportmotorradfahrens, ich glaube, das ist so eine ganz gute Einstimmung auf dieses Motorrad und das Versprechen halten sie auch ganz gut. Sie ist optisch ein wahnsinnig schönes Motorrad. Man könnte sagen, wie üblich bei Ducati. Was aber ich finde, was da noch besser gelungen ist, wie bei den größeren Superbikes, bei der V4 oder V4 oder V4S, was hier bei der V2 sehr gut gelungen ist, ist diese Balance zwischen aggressiver Sportoptik und schöner italienischer Eleganz. Es ist die Verkleidung nicht so zerklüftet, dass du diese Mingle jetzt nicht draufst. Es ist nicht so ordinär, sage ich mal. Es ist ein unglaublich elegantes Motorrad und diese Grätsche ist ihnen sehr gut gelungen. Vielleicht, wenn wir gerade dabei sind, hat jetzt nichts mit dem Design zu tun, aber diese Maschine, das Chassis der Maschine, besteht im Prinzip aus drei Dingen. Besteht aus dem Motor mit einer starken, tragenden Funktion. Besteht aus diesem Heckrahmen, ist ein Stahlrohr-Heckrahmen, wo zwei Leute drauf Platz haben und besteht aus einem Monocoque vorne. Das ist natürlich gut versteckt, wo die Airbox drinnen ist, der Ansaugtrichter vorne. Also diese ganze Frontpartie da. Aus diesen Elementen besteht im Prinzip das Chassis. Und ich glaube, was wahnsinnig gut gelungen ist, ist diese Heckpartie. Also du hast hier Euro 5, taugliche Abgasanlage. Ich meine, das können sie in den Designschulen als Musterbeispiel verteilen, wie schön man das machen kann. Und da können dann die Lehrlinge bei den anderen Firmen drauf abzeichnen. Und dann die Einarmschwingen natürlich auch eine wunderbare Geschichte. Und ich glaube, da gibt es echt nichts zum aussetzen. Das ist sicher optisch ein ganz großer Fortschritt jetzt zum Vorgängermodell. Was wir vielleicht auch gleich uns anschauen können, wenn wir schon da sind. Du hast jetzt bei der Sitzbank fünf Millimeter mehr Polsterung. Du hast auch einen Soziussitz hinten. Und du hast hier in Längsrichtung 20 Millimeter mehr Möglichkeiten, dich zu bewegen. Und insgesamt ist diese ganze Sitzposition, ja, kann man so sagen, ein Genuss. Das schauen wir uns jetzt gleich im Detail an. Ja, ihr seht euch, ihr sitzt jetzt hier auf einer mit Zubehör aufmagazinierten Panigale V2. Aber die Sitzposition hat sich dadurch jetzt nicht geändert. Und was wirklich wieder gut gelungen ist, ist dieser breite Lenker, wo du das Motor richtig bei den Hörnern anpacken kannst. Und du hast unglaublich viel Platz hier, dich zu bewegen. Also man sieht schon, es ist ja viel Luft für mich als Fahrer, dass ich mich da positionieren kann. Und das ist vermutlich irgendwie dieses Betriebsgeheimnis, warum dieses kleine, kompakte, agile Motorrad trotzdem für mich als großen Piloten auch so angenehm zu fahren ist. Ja, für diejenigen, die nur auf der Rennstrecke unterwegs sein wollen, die können sich dann diese Akrapovic-Kompletanlage aus dem Zubehör nehmen. Kostet sich ein kleines Vermögen. Aber bringt nochmal 5 PS extra und das satte Gewichtsersparnis, weil natürlich in dem Originalauspuff einiges an Katalysator-Technik mit drinnen steckt, dass man diese Euro5-Vorschriften auch wirklich schafft. Ja, serienmäßig wird die Maschine ausgeliefert mit dem Diablo Rosso Corsa 2. Ist ein ganz toller Reifen. Hat nämlich, also wie viele andere aktuelle Reifen auch, eine Multi-Compound-Mischung, also weiche Mischung, also weiche Mischung an der Flanke und eine harte Mischung in der Mitte. Ist ein Reifen, wo das sportliche Image von Birelli immer ein bisschen Unrecht tut, weil der Reifen auch bei kühlen Temperaturen und bei Nässe sehr gut funktioniert. Also ein guter Universalreifer, aber wie gesagt, wir fahren hier nur auf der Rennstrecke, haben die Luxus-Ducati-Werksmechaniker da, die uns die Heizdecken rauf und runter schmeißen. Da ist natürlich mit Rennreifen dann noch leibender, aber für Normalverbraucher, die ein nettes Luxus-Service haben, ist das ein super Universal-Talent in dieser 180-60er-Konfiguration. Wir beim Test hier auf der Rennstrecke fahren aber den Super Corsa in der SC2-SC1-Mischungsvariante und wir haben jetzt hier aber auch den 180-60er-Querschnitt. Das ist natürlich eine schöne Geschichte, wenn du auf so einem Supersport-Motorrad noch diese alten 180er-Dimensionen fahren kannst. Das gibt natürlich dem Motorrad schon ein Stück weit mehr Agilität und für die 155 Bärde offensichtlich reicht es allemal. Ja, die Bedienung der Elektronik finde ich einfach, weil das, was man schnell verstellen möchte, geht flink hier am linken Lenkende, bleibe ich hier lang drauf am Blinkerschalter, komme rein ins Menü und switche dann mit diesem Zwei-Wege-Schalter mich durchs Menü und wechsle eben zwischen dem Street-Race- und Sport-Modus hin und her. Also es passt wirklich wunderbar. Ja, Panigale V2, der Name ist Programm. Die V2-Fans von Ducati sind sicher super begeistert, dass Ducati auch ins Euro-5-Zeitalter dieses Herzerwärme der Aggregat führt. Und diese Maschine, der unglaublich glamouröse Familienhistorie, die 478er, hat das ja begründet, dieses Segment. Irgendwo ist so ein Mid-Size-Segment drin gestanden, nur das ist natürlich heutzutage überhaupt nicht mehr so der Fall. Die hat jetzt mit ihren 955 Kubikzentimetern den Hubraum, den früher die Superbacks gehabt haben, ist schon ein wahnsinnig potentes Motorrad, aber im Vergleich zu einer V4 natürlich viel zahmer, viel angenehmer zu fahren. Ich bin mir noch nicht sicher, für wen Ducati die Maschine gemacht hat. Darf ich nachher ein Interview führen, wenn wir das von Ducati-Leuten erklären lassen, weil ich glaube, dass die Maschine, so wie sie sie positionieren, schon allein vom Preis her ist ja kein Schnäppchen, jetzt nicht irgendwie junge Einsteiger ansprechen wird, sondern eher umgekehrt, die Leute, die schon, wie soll ich sagen, es nicht mehr nötig haben, im Fahrerlager ihr Fallos-Symbol auszubreiten, sondern sagen, du, ich habe mit 105 PS genug zu tun, das reicht mir allemal. Also durchaus möglich, dass Leute, die in ein gewisses Alter kommen, wenn sie sich diesen Stress im Sattel nicht mehr antun wollen, dieses Biest nicht brauchen, sondern einfach schön Motorrad fahren wollen, dass die möglicherweise auf die Panigale V2 zurückgreifen, aber ja, das ist jetzt mein persönliches Empfinden, schauen wir, was die Ducati-Crew dazu sagt. Ja, einige von euch haben bei meiner Instagram-Story gefragt, ja, ich soll Ducati fragen, ob sie auch eine Corsi oder eine S nachschieben, das werden sie mir nicht erzählen, weil sonst wird das wahrscheinlich nicht verkauft werden. Es ist ja eine normale Herangehensweise, dass ein Modell einen gewissen Lebenszyklus hat und am Anfang hat man halt einmal ein Modell und wenn es dann beginnt, sich ein bisschen schleppender zu verkaufen, dann peppt man das ein bisschen auf und schiebt dann noch was nach und so kann man halt ein Modell ein paar Jahre bei Laune halten für euch. Jetzt ist das diese Panigale V2 hier mit ein paar schönen Zubehörteilen ausgestattet und ich denke, die wird jetzt einmal zwei Jahre so bleiben und ist ein wunderbares Motorrad, wo man im Sattel jetzt nicht das Gefühl hat, hey, schad, ich bräuchte da Corsi oder irgend sowas. Ja, schauen wir uns gemeinsam mal das Elektronikpaket an. Das ist so, dass ja die Maschine bei einigen Bereichen abgespeckt worden ist, im Vergleich zu V4, V4S, V4R, nicht so, aber beim Elektronikpaket. Da steckt die volle Galerie drin in der 2020er Konfiguration. Das Einzige, was nicht mit drinnen ist, ist die Slide-Control, die man auf dem Leistungsniveau nicht braucht, aber du hast die modernste Traktionskontrolle drin aus der V4R, du hast drin den Quickshifter aus der V4S, aus der V4R und basiert natürlich alles auf einem Sechsachsen IMU. Und das finde ich natürlich großartig, dass in Sachen Sicherheit, in Sachen Elektronik, die wahnsinnig viel Schnellaus macht bei so einem Sportmoderat, hier Ducati, das Feinste vom Feinsten reingesteckt hat. Ich möchte es kurz erklären, weil es sieht im Sattel recht unspektakulär aus. Du hast ja quasi diese drei Riding-Modes und mit dem stellst du das ganze Fahrzeug vom Feinsten ein und alle Systeme werden dann automatisch mit angepasst. Nur ein Beispiel, der Quickshifter. Selbst der Quickshifter arbeitet schräglagenabhängig, dass er je nachdem, in welchem Fahrzeugzustand sich das Fahrzeug gerade befindet, in welchem Schräglagenzustand, in welchem Drehzahlniveau, in welchem Belastungszustand, wird da anders dieser Schaltvorgang eingeleitet, damit du immer minimale Eingriffe hast und dass das Fahrzeug nicht instabil wird. Und das ist jetzt nicht irgendwie Marketing-Blabla, sondern es ist so, dass die Maschine sehr sensibel auf Fahrerbewegungen reagiert. Selbst mit Quickshifter, wenn du da mit dem ganzen Fuß sich da drauf herum bewegst, merkst du, wie das in den Kurven arbeitet und dass du wirklich wie eine Katze dich ans Motorrad schmiegen solltest und ganz sanft die Maschine bedienen solltest. Und der Quickshifter, der ist so butterweich rauf und runter. Ich glaube, er heißt DQS Evo 2 Blablabla. Also das modernste einfach aus 2020 halt, macht es einfach butterweich. Das nächste, die Motorbremsregelung. Auch ist gleich, hast du in jedem Riding-Mode immer die richtige Motorbremswirkung drinnen und da gelingen, gehen wir vielleicht einmal zum Vorderreifen, mit dieser leibernden Motorbremswirkung, die immer richtig eingestellt ist, je nachdem, in welcher Schräglage du dich befindest, hast du wahnsinnig großes Vertrauen fürs Vorderrad. Weil du kriegst ein bisschen an Motorbremse spendiert, aber gerade so, dass es halt nicht herum bockt, aber eben gerade so viele Motorbremswirkungen, dass die Maschine halt vorne ein bisschen in die Federn geht, dass vorne ein bisschen rein sinkt. Dadurch kriegt es die Geometrie, die sie braucht, um schön in den Radius zu kippen und die Motorbremswirkung wird über den gesamten Kurvenverlauf auch ganz fein angepasst, je nach Schräglage, je nachdem, wie du den Gasgriff hast, dass du immer ein ruhiges, stabiles Fahrverhalten hast. Und nur so ist so ein agiles Gesamtlayout erst möglich. Wenn das da immer herumpocken würde am Kurveneingang und Rookies nicht gescheit Zwischengas geben, dann wäre die Maschine halt gefährlich und so kann man die unglaublich zugänglich machen. Das nächste, die Traktionskontrolle. Wir haben jetzt hier die Serienreifung drauf. Es ist so, dass die Traktionskontrolle ohne Slide-Control auskommt und auch immer in dem jeweiligen Modus, in der richtigen Stufe drinnen ist. Und das passt wirklich wunderbar. Du hast dann so ein sanftes Eingreifen, die Wheelie-Control arbeitet auch positionsabhängig vom Fahrzeug und nicht, arbeitet nicht mit Raddrehzahl. Das regelt so sanft, wo man dann nur aufpassen muss, dass man richtig im Sattel sitzt. Weil wenn diese Wheelie-Control so sanft regelt und diese Traktionskontrolle so super funktioniert, setz dich dann gerne einmal schlampert im Sattel, gehst nicht beim Beschleunigen nach vor, weil du denkst, das passt ja eh alles. Naja, aber natürlich nimmt die Maschine Leistung raus, weil du dich falsch positioniert hast und dementsprechend nicht die Traktion aufs Hinterrad bringst. Das heißt, da kriegst du natürlich bei so hochwertigen Systemen zu wenig Feedback und musst dich selbst disziplinieren und sagen, hey, trotzdem muss ich mich gescheit positionieren, weil sonst kann natürlich nicht jenes Maß an Traktion auf dem Asphalt geschickt werden, wenn es technisch möglich ist und die Elektronik bügelt man das glatt und ich verschenke dann wertvolle Zehntel, trotz oder wegen der Elektronik. Für die Sicherheit ist es natürlich ein Segen, weil ich weiß nicht, was man anstellen muss, was man mit seinem modernen Paket stürzen kann. Was möglich ist natürlich, vielleicht sprechen wir das auch gleich an, du kannst dich im falschen Modus befinden. Also wenn du zum Beispiel dir denkst, du bist ein Superstar beim Fahren und schaltest den Race-Mode ein, fährst im öffentlichen Straßenverkehr, irgendein Typ oder eine Typin, wie auch immer, nimmt dir die Vorfahrt an der Kreuzung, du greifst voll in die Eisen, dann hast du keinen Überschlagschutz mit drinnen und das Hinterrad-ABS hat auch so eine Slide-Möglichkeit, das brauchst du im öffentlichen Straßenverkehr natürlich nicht, das heißt, dann hast du die Chance, dass du dich mit dem Fahrzeug überschlagst, obwohl du im Street-Modus so eine wunderschöne regelnde Hinterrad-Abhebeerkennung mit drinnen hättest. Das heißt, man muss sich natürlich anschauen, dass man diesen richtigen Riding-Mode auch jeweils drinnen hat. Kurven-ABS, das nächste, du hast ein hochwertiges Kurven-ABS mit drinnen in dem Fahrzeug und wenn du glaubst, du bist ein Superstar und gibst diesen Race-Mode rein und bremst am Stilzäger auch in die Spitzkern rein, dann hast du keine Kurven-ABS-Funktion, weil auf der Rennstrecke haben sie hier bei Supergrip, bei tollen Asphaltbedingungen, hat so ein Kurven-ABS eher mehr Nachteile als Vorteile, also diese Kurven-Funktion wird da rausgenommen und so ist es auf der Rennstrecke toll. Auf der Straße natürlich verschenkst du ein Feature, wo sich die Ingenieure wahnsinnig viel Antaun haben und du verschenkst das, weil du im falschen Modus bist. Also das ist sicher eine einfache Sache, dass du diese drei Modus richtig behirnst, Street, Sport und Race, aber wer glaubt, der ist gescheiter als die Ducati-Ingenieure, kann dann trotz Elektronik immer noch stürzen. Ja, bei mir ist jetzt der Robert Gück von Ducati Deutschland. Robert, ich glaube heute bereust du es ein bisschen, dass du die Fronten gewechselt hast. Du warst ja früher selbst Journalist, jetzt musst du nur zuschauen. Das ist gerade bei so einem wunderschönen Motorrad, du schmerzt es ein bisschen, oder? Also heute ist es extrem schmerzhaft, ja, aber du weißt schon, wie es ist. Man kann sich nicht alles aussuchen und ja, da muss man durch. Die Härten des Lebens eben. Die Härten des Lebens. Härte des Lebens ist jetzt auch, dass der Regen runterkommt, war aber okay. Ich konnte jetzt in einer feuchten Kurve die Traktionskontrolle ein bisschen ausprobieren. Aber schauen wir uns ganz kurz an, das Motorrad in Deutschland, wenn ich dich schon da habe. Was wird es kosten und ab wann kann man es beim Händler anfassen, berühren, erwerben? Wie sieht das aus? Der Preis wird 17.990 Euro zuzüglich Liefernebenkosten sein von 305 Euro. Die Verfügbarkeit beim Handel ist gegeben ab Ende November. Also man kann im Prinzip mit Ausschragen des Videos schon mal beim Händler anrufen, wann kriegst du da einen Vorführer. Definitiv aber in der ersten Dezemberwoche. Okay, und dann ist es so, dass die Maschine natürlich jetzt auch mit Fokus, Landstraße und Rennstrecke gemischt, gemacht worden ist. Aber auf der Rennstrecke kann man sich halt so ein bisschen intensiver erleben. Da habt ihr, glaube ich, eine Eventserie am Start, wo man da ein bisschen probieren kann auch, oder? Richtig, also wir haben Ducati4U bei uns in Deutschland im Programm. Die Homepage ist ducati-4u.de und das Neue dieses Jahr ist, dass wir uns ein bisschen in den deutschsprachigen Raum umorganisieren. Also wir werden eine Veranstaltung haben am Salzburgering, interessant für die Österreicher. Wir werden eine Veranstaltung haben in Cremona, interessant für die Schweizer oder auch für Österreicher. Und wir werden zwei Termine in Deutschland haben. Das wird meines Wissens und Planungsstand Oschersleben und Nürburgring werden. Da sind leider die Termine noch nicht fix. Salzburgering müsste fixiert sein. Kann ich jetzt aber noch nicht kommunizieren, weil ich... Wir haben schon kommuniziert, Robert. Ist egal, wir haben schon kommuniziert. Leute, schaut auf die Homepage, kommt vorbei. Ducati4U ist ein Riesen-Spaß, weil A Marken offen, aber wehe halt wahnsinnig viele Gleichgesinnte mit am Start. Und da kann man sowohl die V4s als auch die V2s donnern hören. Und wir haben, ich glaube, alle Instruktoren auf V2 und wir haben vier zum Probefahren da. Also kommt vorbei, hockt euch drauf, fahrt eine Runde. Die Einladung habe ich jetzt auch für mich so wahrgenommen. Also wir sehen uns dann dort, Robert. Wenn du nicht vorbeikommst, dann gibt es eine Schelle. Dann gibt es eine Schelle. Und ihr könnt dann im Video mit auftauchen. Bei solchen Events mache ich dann auch gerne Rider-Statements von euch und da freue ich mich schon auf ein Wiedersehen mit euch. So, jetzt schauen wir noch, dass wir den Projektleiter finden, oder? Vielleicht hat er noch Zeit für so technische Details. Ja, neben mir steht jetzt Paolo Quadrino. Paolo, what's your job description at Ducati? Product Manager. Product Manager. Okay, for all sports bikes? For whole sports bikes and even for sports sports sport and hyper motard. Okay. Das heißt, da ist es genau der Richtige für meine Fragen. Paolo, I have some friends. Not a lot, but I have some friends. Some friends. What friends should I suggest the V2? And which of my friends are better with the V4? What do you suggest? Yeah, interesting question. It depends on what your friends want from a bike. I mean, the V2 for sure he's designed for people that want to approach for the first time to a sport bike for the road or for the track simply because they love a sport bike design love sport riding and want to buy for the first time their first sport sport bike and but even for people that the V4 system have an experience on track with a big displacement bike and want something less intimidating and something that request less effort to be reason because we know perfectly that more than 200 sport bikes are really wonderful are really exciting but require a big experience to be used 100% on track if some people want to exploit the 100% of the bike we recommend the V2 for people that want for instance to feel the adrenaline of the power for sure the V4 but usually we recommend to look at the mirror and to be honest to understand which level of expertise you have on track because the V4 it's a beast the V4 is a great bike it's really powerful and require effort and attention to be ridden at 100% with you have already test the bike and I think that you have find a user-friendly bike not intimidating but at the same time really really fun probably on this track the 80% of people here reach best lap time with the V4 I think 90% sorry I think 90% perhaps 90% with the V2 and instead of the V4 and this is for instance discovered yesterday with the first group of journalists the majority of them were faster with the V2 okay so am I to be honest thank you danke hier aus erster hand haben wir es gehört was Sache ist danke have a nice day thank you thank you ja bei mir ist es stefano und er kennt sich wirklich im detail mit dem motorrad aus weil er war der chef der entwicklung von dem motorrad und ihm fragen wir jetzt nach den unterschieden zum vorgängermodell stefano on the way to the track here I wrote on my I got some messages via instagram and people asked me is it necessary to upgrade from my 959 to the V2 what should I tell them how big are the differences where are the main differences to the predecessor actually we improve every aspect of the bike starting from the 59 we work on the style obviously you can see that the the bike is more beautiful with a new fairings new headlamp and new single sided swingarm and wheels and we work a lot on the chassis on the suspension setting and on electronics to make the bike more enjoyable on open road but as well to make it more intuitive on the track maintaining a high level of safety as well the people think maybe there were just 5 horsepower maybe they think the changes were not so big because I think it's just the injection system and the airbox was changed so the changes at the engine were not so so big the engine is more powerful as Euro5 compliant so as new new calibration engine calibration but also as a is very usable also on low rpm so starting from 5500 rpm it delivers already more than 60% of the maximum torque so it's very very useful very enjoyable also in the open road use okay and I was wondering that the electronic package is full high spec it's comparable to the V4 am I right this is the absolute top of the tops we can buy from Ducati absolutely yes the strategies are the same we have for example the last evolution of the traction control which is the EVO 2 strategy which is a predictive strategy so it improves a lot the performance and the safety out of the corner for example then we have the wheelie control for example we didn't have on 959 the quick shift up and down with a new strategy that improves also the stability in the use on the racetrack so yes the electronic controller absolutely at the highest level we have in Ducati now okay and now I just want to go into detail in one aspect to show the people how high the level already is the traction control it's not just comparing how much sleep is there because of course there is a different defined amount of traction of spin but it's a complete new approach compared to the first systems we were using yes actually we call it a predictive strategy because it acts not only on the spin value but also on the spin intensity variation so it predict what is happening actually reducing by 25% the oscillation of the spin around the spin target in this way the intervention of the system is smoother and faster and the grip level out of the corner increase so it improves their performance but also the safety level okay sorry I switched to German to explain a little bit it's it's good on through these sprünge that you don't have in the traction you don't have to do that's it's probably for the people who are not so to understand and benefit I just told the people that the tire is not so stressed anymore because this changes and maybe it's a good bonus also for not experienced riders exactly because the system allows us to have a more constant behavior of the intervention also when the grip level reduces for example when the tires get when it it is better to change the tire but if the tires get stressed so it reduces a little bit the grip the system allows to have a high level of performance anyway ok thank you and hopefully the weather will better in the afternoon thank what's your job at Ducati all the product range really scramblers scramblers multistrada diavel and also superbikes oh so of course you have the biggest experience in telling you the difference between the v2 and the v4 which fans should buy the v2 which guys should buy the v4 what you suggest v2 is for young riders that would like to approach sport bike also on road but mostly on the track and it's easy to ride we have a lot of electronics and a lot of safety on the bike okay and you are experienced rider and of course you can use the potential of the v4 but is it how fast can you go with this v2 this easy to use bike in comparison v4 how are the lap times during the testing thanks to this easiest ride you can go very fast and also with less effort during the riding so you can go very close to the v4 two two three seconds this is is the gap okay maybe example for visitors which lap times did you do here in cheres with this bike with the v2 this morning we did 1 minute 48 zero I did not unfortunately and of course a lot of guys asked me should I buy the new one or is my 959 good enough still good enough what can we tell them which did you do most steps forward the biggest steps forward I for sure I will choose the new one the Panigale V2 because we have a lot of electronic directly coming from MotoGP so you can be faster but also with safety net that comes from the electronic and also about the chassis we increase the center of gravity the higher of the center of gravity this gives us more agility on the bike and also more feeling under the tires if you talk about winding roads open roads not on the racetrack where is the comfort higher on the V2 or the V4 what do you think for sure the V2 is more comfortable because we worked a lot on the suspension setting to give comfort on normal road and also we worked on the seat in order to have more foam and more comfortable on the seat okay thank you very much and now hopefully keep fingers crossed that the weather it's getting better thank you goodbye thank you it was a pleasure bye jetzt möchte ich noch einen blick geben in die bekleidung die ich verwendet habe es sicher gesehen ich habe mein held leder verwendet das ich habe es mir jetzt aber für die nächste saison auffrisiert von skillskin der hat protektoren rein von paramount protection das sind halt so wie soll sagen die russer unter den protektoren die halt focus rennstrecke haben war großartig auch wie motorrad also das ist vielleicht aufgefallen an den protektoren habe gemeinsam gleich gemacht mit diesen beschriftungen die ich immer machen was von denen und so günstiger bekleidungstuning tipp ist auch noch es war heute in der früh sehr kühl und verwende so aus dem fahrrad geschäft eine ganz hauteng anliegende rennrad weste das ist so Gore-Dex Geschichte die ganz dünn ist kein wind durchlässt auch keine feuchtigkeit durchlässt trotzdem aber noch atmungsaktiv ist und die kannst unter das lederkombi anziehen und dann schaut das lederkombi immer noch sexy aus und brauchst nicht diese ranzige regenwäsch drüber ziehen nach zwei törns habe ich das ausgezogen das ist vielleicht so tipp für die die saison starten oder im winter nach spanien fahren um die ersten törns gemütlicher zu fahren ich habe jetzt in letzter so ein tick dass ich beim motorall fahren mit einem puls messer die törns beobachte ich habe Huawei watch GT heißt die und bin bei einem turn an durchschnittlichen puls gefahren von 121 schlägen pro minute das ist auf 600 niveau wenn ich es so sagen darf also ist wirklich messbar dass ich ein niedrigeres puls niveau habe im vergleich zu 100000 und was aber grausam ist hier dieser ausschlag nach oben auf 147 war ein laiwander rutscher wie es zum regen angefangen hat schnell es rutschig geworden ist mit den ersten tropfen und wie sinnvoll dann zur elektronik ist wenn man einfach übertreibt ist natürlich eine spielerei ist eigentlich zum rennradfahren diese app aber ist ganz nett für so kleinigkeiten für technik nerds jetzt machen noch interaktive komponente in dem video ich habe auf instagram auf meinem nächsten official kanal ein paar fragen kriegt offroad alex hat gefragt hast du sie nun ausgequetscht oder hat sie dich fertig gemacht also ich würde sagen keines von beiden diese panegale v2 ist einfach ein edles begehrenswertes motorrad die quetscht man jetzt nicht aus also da fühlt man sich auch schlecht wenn man die zerrasseln lässt aber es ist auch nicht so dass sie mich fertig macht es ist einfach ein schönes motorradfahren und da gibt es kein ausquetschen wer ausquetschen will fahrt irgendwie so track the bitches aber nicht so ein edles bike dann fragt ein kollege wird es eine s version geben ich bin kein hellseher tut mir leid es gibt für 2020 keine s version auch keine corse version aber möglicherweise in zukunft ein kollege fragt geil ein anderer fragt geil oder mega geil also geil ist auch nicht der richtige Ausdruck es ist so was wie ein street fighter v4 oder auch eine v4 s panigale die sind ein bisschen ordinärer das ist ich würde es eher bezeichnen als schön ich würde auch nicht sagen laibernd weil laibernd hat auch immer so ein bisschen eine lässigkeit noch mit drin die dir einfach nicht nicht gerecht wird sie ist ein unglaublich edles tolles sportmotorrad so muss man das sagen spürbar schmaler als die v4 fragt jemand und also das wäre jetzt gelogen wenn ich sage es ist spürbar schmaler als die v4 es ist im fahrbetrieb spürt man es dass es handlicher ist und man spürt dass man viel platz an allen bereichen des motorrades hat und aber was man ganz deutlich sagen muss mein lieber freund es tut mir leid wenn du es noch fragst wie sehr merkt man den leistungsunterschied zur v4 das merkt man enorm also das ist ein ganz anderes fahren es ist deutlich schwächer du hast ein deutlich schmäleres drehzahlband und wenn leistung für dich ein ganz wesentlicher faktor ist dann ist das nicht das richtige motorrad weil es jetzt nicht nur diese nur 155 ps hat sondern auch die art und weise wie diese 155 ps serviert werden ist ganz anders wie bei der v4 insofern merkt man das wirklich sehr deutlich warum ist die so teuer vom aldex es ist eine wirklich berechtigte frage weil es gibt einige bereiche an der maschine wo ich sage okay da ist der preis in ordnung die optik also wenn du das so drüber streichst und mit den augen oder auch mit den händen dann denkst du das ist so schön das ist so begehrenswert diese maschine denkst du das ist jeden cent wert auch bei der elektronik auch beim motor denke ich mir das einzig dann zum beispiel den bremsen und beim fahrwerk denke ich mir das kostet in österreich an 20 in deutschland ja doch deutlich weniger wegen den steuern da hätten aber dann schon noch noch leibandere bremsen oder noch leibandere fahrwerk drinnen sein können beziehungsweise hätte es günstiger sein können aber es ist wie es ist aber so hat man da ein bisschen ein bisschen ein differenziertes bild in sachen preis hat sie vom werk aus einen blipper ja wie ich eben gesagt habe also die elektronikausstattung die ist famos in jeder Hinsicht nicht nur bei dem blipper das ist auf V4R Niveau das ist weltklasse dieses ganze elektronik paket das macht richtig viel freude und das ist für jede leistungsgruppe auch also sowohl für einsteiger als auch für den profi ist das ganz ganz großartig geht sie vom gefühl her wie eine 600er nein das ist nicht so weil es ja doch so ist mit diesem V2 motor dass sie nicht diese drehfreudigkeit wie eine 600er vierzylinder bietet aber auf der anderen seite doch mehr drehmoment unten raus also man fährt sie in einem niedrigeren drehzahlniveau als die 600er und insgesamt der Testfahrer hat vorher gesagt ja das ist ein Fahrzeug für jüngere Piloten das glaube ich eher nicht ich glaube dass wenn jüngere Leute im Lotto gewinnen kaufen sie sich ein V4 weil das halt der Mörder-Henker-Pock ist wo man am Stammtisch auch der Regent ist und wo man sich halt richtig maskulin fühlt wenn man absteigt wohingegen die V2 wahrscheinlich für die Leute ist die sagen okay ich habe das nicht mehr notwendig den Stress im Sattel ich möchte einfach schön Motorrad fahren das sind aber dann eher die älteren weil ja der Preis jetzt auch nicht so wahnsinnig zugänglich ist also so mein Eindruck tut mir leid wenn ich den Ducati Testfahrer da korrigieren muss aber er hat sich seine Motorräder wahrscheinlich noch nicht selbst kaufen müssen in letzter Zeit insofern war seine Analyse vielleicht nicht ganz zutreffend ja freut mich wenn ich da immer ein bisschen einen interaktiven Input für euch liefern kann ja schauen wir uns jetzt gemeinsam den Motor an es hat ja schon bisher diese Hubrom Angabe nicht ganz gestimmt es ist kein 959er sondern ein 955er Aggregat mit einem 90 Grad V2 Motor und es ist so wir haben hier 155 PS drinnen sind 5 PS mehr als bisher trotz Euro 5 wir haben 104 Newtonmeter und die Änderungen am Motor sind im Vergleich zum Vorgänger relativ unspektakulär es sind nur die Einspritzdüsen anders vielleicht sieht man es ja auch wir sehen hier die erste Einspritzdüse zur zweiten kann man nicht die zweite wäre hier unten das ist die Arbeiten mit zwei Einspritzdüsen pro Zylinder also durchaus auch schon ausgewachsene Konfiguration insgesamt natürlich der V2 auch wenn der V4 kompakt ist und gut und alles grandios ist dieser V2 Motor kompakter er ist leichter und vor allem die rotierenden Massen sind leichter und dadurch ist das Handling auch spielerischer und agiler wie bei einem V4 Motorrad auch wenn die natürlich großartig ist und möchte man nicht schlecht reden aber ihr seht es hier schon wenn man sich diese Baubreite anschaut wie kompakt das ist das ist schon beeindruckend die anderen Änderungen am Motor sind an der Elektronik und diese was quasi hier vorgeschalten ist diese ganze Airbox und dieser Rem Air Kanal da sind noch Änderungen ansonsten am Motor an der Hardware keine Änderungen zum Vorgängermodell zum neuen 59er ja warum diese Motorräder heutzutage schon so leicht sind und so kompakt sieht man an diesem Bauteil hier was da alles drin ist ein wahnsinnig Fußraste mit drauf es sind quasi tragende Elemente in dieser Baugruppe mit dabei für die Hinterradaufhängung du hast hier den Schaltassistenten mit drauf ja hier den Schalthebel also alles in einer Baugruppe mit dabei wahnsinnig viel Funktion schon hier vereint und so schafft man es halt dass diese Motorräder wird halt immer leichter werden im Vergleich zu früher obwohl ja viel mehr an Technik drinnen stecken obwohl ja auch diese ganze Abgasreinigungsgeschichte mit dabei sein muss ja hier haben wir das Fahrwerk quasi von uns aufgebreitet aufgebart wir haben vorne eine Schowa Big Piston Fork voll einstellbar wir haben hinten ein Sachs Federbein bzw. ZDF ist ein Teil von das ist quasi der Mutterkonzern früher mal Sachs und da ist so dass das für diese gemischte für den gemischten Einsatzbereich Straße Rennstrecke eine gute Ausstattung ist ist aber sicher so wo erfahrene Rennstreckenpiloten gemeinsam mit der Bremse das erste Mal merken okay das ist kein Rennmotorrad wie eine V4S oder eine V4R sondern das ist halt nur ein Landstraßenmotorrad das auch wunderbar Rennstrecken fahren kann die Gabel zum Beispiel spricht sehr gut an das ist toll weil da hast du ein tolles Gefühl fürs Vorderrad schafft viel Vertrauen spricht wirklich schön an auch bei kleinen Impulsen schon auf der anderen Seite ebenso wie das Federbein hinten hast du jetzt ein bisschen mehr Druck anlegst nicht mehr die Präzision und dann wird es dann einfach zu weich und hat zu viel Bewegung im Fahrwerk drinnen das ist halt dann der Unterschied von einem universell einsetzbaren Fahrwerk zu einem Racingfahrwerk was eben in einem engeren Bereich nur funktionieren muss im Vergleich zu früher steht die Maschine quasi ein bisschen höher ich habe hinten zwei Millimeter längeres Federbein habe weniger Federvorspannung dadurch habe ich mehr Fahrkomfort und habe ein bisschen andere Geometrie ein bisschen frontlastiger und diese Front ist aus meiner Sicht die Sensation von dem Motorrad als das neue Fahrwerk Setup es sind ja hier auch neue Fahrwerksingredenzen mit drin im Vergleich in Kombination mit der neuen Geometrie mit der tollen schräg langabhängigen Motorbremswirkung schaffst du das am Kurveneingang richtig schön die Linie triffst und das am Kurveneingang so viel Vertrauen fürs Vorderradl hast jetzt möchte ich nochmal auf den Sound zu sprechen kommen und auf den Auspuff finde das es wirklich gut integriert ist es sind ja jetzt größere Cuts drinnen irgendwie haben sie es halt geschafft dass das optisch dann trotzdem klein und kompakt wird und der Sound ist in Ordnung aber hören wir es uns gemeinsam mal an ich weiß nicht wie ihr das seht ob ihr damit zufrieden seid ist jetzt nicht aufdringlich aber es ist immer noch ein emotionales Erlebnis wenn ich das so sagen darf was schauen wir sich jetzt noch an wie viel darf man sich erwarten ist vielleicht die Frage die sich einige stellen bei dem Motorrad sollen es die V4 nehmen oder die V2 nehmen wo liegen die Schwächen der V2 im Vergleich zu V4 für Leute die jetzt auf die Rennstrecke fahren auf der Straße sind nur einige dieser Dinge wirklich relevant also Schwächen treten aus meiner Sicht in drei Bereichen auf das eine ist die Bremse du hast hier eine Bremse mit kleineren Bremsscheiben das heißt das ist schon mal das wäre jetzt alleine nicht verwerflich weil die Maschine ja insgesamt nicht dieses hohe Geschwindigkeitsniveau auf den Geraden hat wie die großen Motorräder und dementsprechend ist in so einem Rennzyklus oder einem Trackday Zyklus das Verzögerungsbedürfen ist nicht so groß wie bei einer großen das ist okay dass das keine 330er sondern 320er ist das ist für diese Leistungsklasse okay aber natürlich sind hier jetzt bei der Bremsanlage ist jetzt nicht die M50 oder das Dilemma drauf sondern eine Kategorie darunter und auch oben die Bremspumpe ist gut aber eben nicht sehr gut wie man es von den anderen Ducatis kennt von den V4 und V4R Modellen wie merkt man es beim Warmfahren habe ich damit kein Problem gehabt das Angenehme ist dass die Bremse nicht so aggressiv anspricht auch die Auswahl der Belege es ist ja alles vergleichbar mit dem Vorgängermodell ist halt alles dass das nicht so aggressiv ist dass der erste Druckpunkt nicht so hart ist wie bei einer V4 und du kannst bei so einer Schreckbremsung am Kurveneingang hier weniger falsch machen wie bei einer V4 das ist ein bisschen ein zugänglicheres Teil der einzige Nachteil der dann übrig bleibt wenn du lange Turns fasst hast du halt hier nicht diese Stabilität der Bremsleistung dass dann irgendwann anfängt der Druckpunkt ein bisschen weicher zu werden im Vergleich zu V4 ist jetzt ich würde jetzt sagen Jammern auf hohem Niveau betrifft dann die Leute die vielleicht früher richtig harte Rennmotorräder gefahren sind jetzt konditionsmäßig die niemand da fahren jetzt auf das umsteigen die werden dann über Motor alles zufrieden sein aber sagen die Bremse da hätte ich gerne ein bisschen mehr Punch gespürt das Fahrwerk habe ich vorher schon angesprochen ist gut kann aber natürlich mit dem was nicht 3000 Euro teuren Öl ins EAS System in der V4S nicht mithalten klarerweise auch da ist so die Leute die früher Rennfahrwerke gefahren sind jetzt einen Schritt zurück gehen werden dann vielleicht einfach diese diese Transparenz ein bisschen vermissen die man bei höheren Geschwindigkeiten hat auf der anderen Seite ist es aber schon so dass das Fahrwerk das macht was Ducati verspricht nämlich dass es auf der Landstraße und auf der Rennstrecke ein zugängliches Ding gut funktioniert einen breiten Einsatzbereich hat und man damit viel Spaß hat und die besten Rundenzeiten kannst du damit nicht fahren aber mit einem Rennfahrwerk kannst du halt dann eben auch nicht auf der Landstraße fahren und es ist halt hier von den Kosten her kein Elektrofahrwerk kein Öl ins Fahrwerk und somit ist die Maschine auch günstiger wie die V4 Modelle das ist der zweite wie soll ich sagen Nachteil im Vergleich zu den großen fetten Geräten also Fett darf man nicht sagen das sind ja auch elegante Dinger jetzt schauen wir uns auch den Motor an wir haben ihn 155 PS das ist schwer in Ordnung du hast damit während der gesamten Fahrt auch nie das Gefühl hey da gib mir was ab wenn du wenn du einfach weißt auf was du dich einlässt das ist jetzt kein Motor was dich jetzt begeistert durch den Hammer was dich begeistert das dich fertig macht wo du dann absteckst und ein bisschen Angst im Blut noch hast das ist ein netter Fall wenn du das brauchst dann ist das nicht das richtige Fahrzeug für dich es hat ein wunderbares Ansprechverhalten vom Motor vom Konzept her was aber schon ist wenn du jetzt sagst okay das soll ein Fahrzeug sein was nicht so routinierte Fahrer glücklich macht hast du halt mit dem mit dem Motor im Vergleich zum V4 den Nachteil dass du halt ein engeres nutzbares Drehzahlband hast und bei der Gangauswahl einfach besser drauf sein musst das ist sicherlich konzeptionell halt ein Nachteil von einem Motor mit weniger Leistung mit weniger Leistung und mit weniger Nutzband Drehzahlband dass du halt dann schon besser fahren musst wie mit einer V4 sag ich jetzt mal mit unendlich Leistung weil da ist es wurscht ob du mit einem Zweier oder mit einem Dreier durch die Kurve fährst gute Piloten werden damit zurechtkommen und gute Piloten werden damit auch zurechtkommen dass wahrscheinlich für gute Rundenzeiten die Maschine kürzer übersetzen müssen bei sehr vielen Strecken weil die ja insgesamt eine Auslegung hat für die Landstraße und dass da eben vom Geräuschniveau das passt ist die Übersetzung eher zu lang ja das so die wie soll ich sagen konzeptionellen Schwächen im Vergleich zu den teureren stärkeren fordernderen Motorrad nur damit ihr wisst auf was ihr euch einlasst ja manche der Sachen die ich jetzt hier auf der Rennstrecke erlebt habe sind sicher heraussagekräftig für das Fahrverhalten auf der Landstraße was gut funktioniert was richtig gut funktioniert ist das Elektronikpaket in Kombination mit dem Chassis und der Ausstattung die man dann Hardware reinpackt hat und da ist wirklich großartig dass Ducati da nicht gespart hat bei der Elektronik weil ihr glaubt nicht wie viel das ausmacht und wie radikal dann das Fahrzeug vom Grundsetup her sein kann wenn die Elektronik das so ein bisschen glatt bügelt und zugänglich macht also das ist wirklich ein Gedicht wenn du die Maschine so in den Radius hinein rollen lässt in einer Rollphase wie stabil das bleibt da hast du kein Gehacke da hast du kein Gerucke da kannst du halt wirklich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren nämlich dass die Linie erwischt und das ist einfach der pure Genuss wenn du hierher kommst auf die Strecke jetzt bin ich auch eine Zeit lang nicht gefahren du kommst auf die Strecke er setzt dich drauf und in der dritten Kurve hast du schon das volle Vertrauen und legst um legst Gas an und das ist einfach kein Kampf sondern einfach nur ein Genuss das ist wirklich großartig und da bin ich mir sicher dass sowas auch auf der Landstraße großartig funktioniert der Quickshifter die Motorbremsregelung die Traktionskontrolle des ABS ist alles auf einem wirklich hohen Niveau und da muss man halt einfach so manz genug sein dass man sagt ich fahre auf der Straße wie ich mit dem Street-Mode da ist das alles wunderbar eingestellt und auf der Rennstrecke eben den Sport oder den Race-Mode je nachdem wie gut man ist und wie die Streckenbedingungen sind also das sind die wesentlichen drei Unterschiede und wenn wir noch einmal auf die Hardware zu sprechen kommen warte einmal vielleicht gehen wir da rüber nein da sieht man eh nichts ich wollte euch jetzt die Kupplung zeigen aber es ist ja alles so verbaut ich habe hier im Prinzip die Kupplung ist so eine Self-Servo-Kupplung mit Anti-Hopping-Kupplung und in Kombination mit der elektronischen Motorbremssteuerung hast du eine ganz geringe Handkraft nur kannst das wunderbar dosieren und kannst quasi keinen Fehler machen du kannst beim Zurückschalten beim Hochschalten das ist immer die richtige Drehzahlniveau drin das richtige Maß an Motorbremse da das nimmt so viel Stress raus weil es sind ja doch auch 155 PS das waren vor ein paar Jahren noch Superbikes aber diese Bedienung ist unglaublich harmonisch und somit ist die Maschine sicher auch mit so einem engen Bassgestochere einfacher zu fahren als früher mal weil es so ein schönes harmonisches dahin gegleite ist ja es haben einige mich gefragt Sitzposition Ergonomie also ich muss sagen dass ich auch finde dass die V4 ein wunderbares Straßenmotorrad ist von der Sitzposition her und von dem wie sie tut und wie sie macht sie ist aber am Kurvenausgang anstrengender als diese nicht nur wegen der Leistung bisher auch wegen der Chassis-Geometrie und wie das hinten alles anspricht es wird aber auch 2020 bei der V4 besser also da muss man aufpassen wenn man da jetzt unzufrieden war bisher die neue V4 ist da auch zugänglicher und weniger exhausting wenn man das so sagen darf im direkten Vergleich und so ist es auch so dass ich jetzt sage sie ist jetzt auf der Landstraße einfach dadurch angenehmer und komfortabler weil sie dieses Radikale nicht drin hat es ist das Fahrwerk nicht so hart es ist die Bremse nicht so hart es ist das Ansprechverhalten angenehmer und du hast nicht diesen Drehmoment-Punch und das ist sicher was was das Motorrad für einige zu einem No-Go macht einfach weil du trotz der 155 PS nie das Gefühl hast aber da ist jetzt der Punch mit drin weil 155 PS müsst ihr denken das ist schon das ist eine Menge meine lieben Freunde und es fühlt sich aber aus meiner Sicht weniger an als 155 PS das ist einfach ein Hauch von Vortrieb das so präzise und makellos serviert wird dass du sagst okay da ist jetzt eigentlich nicht viel da aber das macht dich schnell das ist pragmatisch betrachtet die richtige Art und Weise wie man mit so Hobby-Nudeln umgeht aber es fühlt sich halt nicht irgendwie radikal im Sattel an wenn man da drüber steht ist das wunderbar dann hat man da mit ein richtig gutes Ding unterm Hintern wenn man das aber nicht packt dass ein Motorrad einen nicht fertig macht dann ist das nicht das Richtige dann braucht das Ego eine V4S oder irgend sowas dann kann man mehr schwitzen und schreien unterm Helm was mir schon taugt und was sicher viel viel aber was was einiges dazu beiträgt dass die im Vergleich zu V4 sich so richtig spielerisch anfühlt ist ja dieser Kompakt 380er 60er Pneu die ist in Kombination mit dem schmaleren V2-Akrieger das in Kombination mit der anderen Chassis-Geometrie ist es einfach ein richtig schön handliches Bike das ist so wenn du jetzt in den in den Radius fährst gibst du einen Impuls und sie lenkt ein kippt aber jetzt nicht rein und ist nicht unangenehm und wenn du dann höhere Schräglein brauchst musst du ein bisschen nachdrücken aber immer alles wunderbar einfach zu dirigieren und das ist sicher einfacher als bei der V4 dass du viel leichter diese Linien für dich für dich ohne Anstrengung manövrieren und dirigieren kannst und diese Kombination aus Agilität und Komfort ist auch im Vergleich zum Vorgänger besser geworden also das in Kombination mit dieser besseren Elektronik sind wahrscheinlich die größten Pluspunkte bei der Leistung die 5 PS also wie du nicht merken es fühlt sich so an wie beim Vorgänger aber diese Kombination Handling und Komfort plus bessere deutlich bessere Elektronik ist das größte Plus zum Vorgänger und möglicherweise der Grund dass man die am Markt wirft und sich die neu nimmt ja es war ein abwechslungsreicher Tag schönes Wetter hässliches Wetter aber insgesamt natürlich ein großartiges Tag für euch im Sattel habe ich wirklich alles gegeben aber auch hier vor der Kamera habe ich alles gegeben Julia und ich und würde mich über wertschätzende Kommentare und wertschätzende Daumen freuen vielen Dank für euer Interesse und wir sehen uns beim nächsten Mal bei der Street Fighter ich weiß nicht wo die präsentiert wird aber es lohnt sich den Kanal zu abonnieren dann versäubst den Street Fighter V4Test bei uns auf 1000PSTV nicht Tschüss Baba bis zum nächsten Mal